Und gleich weiter. Ich muss es einfach gleich weitermachen. So, euer Funk-Royal hatte ich immer noch nieb und, äh, was mache ich hier? Gott, das war ein Fehler. Ich hoffe, oh Gott, ich hoffe, es ist nix passiert. Ich muss einfach trotzdem weitermachen, weil mein Innerstes zwingt mich gerade dazu, weiterzumachen. Ah, nein, 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 das war falsch. Ich weiß. Ah, nein, 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 nein. Was war hier nochmal das Beste? Ich glaube M. M, 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 M. Komm, M, 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 M. M und M's. Brumms, Brumms. Brumms. So, genau, euch brauche ich für, äh, eins. Pff, kaum eigentlich. Bibliblibliblibliblibliblibliblibliblibl. Und jetzt kommt zwei zum Einsatz. Und du kommst mir total nachgefolgt. Jetzt, 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 Freunde, wird es spannend. Schafft es Funk-Royal, schafft er den Sprung der Sprünge. Hopsassa, ja. So, wunderbar. Klack. Energietank Nummer eins. Runterfallen ist, glaube ich, nicht so gut. Eventuell fallen wir irgendwo durch. Will ich nicht. Ja. Oh, ein Leben. Wir können nochmal alles aufladen, was wir eventuell verloren haben. Nehmen wir das hier. Knöps, 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 Knöps. Und auch euch. Oh, warum legt ihr nicht einfach nur zwei große hin? Das würde komplett reichen. Naja. Und hier holen wir uns, äh, äh, eine Abreibung vom Gegner. Scheiße, nicht. Nein! 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 Wie äußerst witzig. Wir halten die Zeit an das nächste Mal. Das wäre wohl das Beste. Ja, Funk Royale hat, beweist gerade sowas ähnliches wie Intelligenz, würde ich mal ganz frech behaupten. Ja, wir halten das nächste Mal die Zeit an. Aha, aha. So, schafft Funk Royale den Sprung ein weiteres Mal. Die Robot Olympics. Welcome, Mega Man. Dass sie, äh, really, God, oh God, die hell hat's geschafft. Boah. Okay. Hier können wir runterfallen. Ist nicht so wild. Ist das Leben wieder da? Hi, hi, hi. Nein. F war Zeit anhalten. Mhm. Mhm. Äh, es kommt jetzt der Raum, nicht wahr? Ja. Deswegen. Leck mich! Oh nein! Drück nach oben. Jetzt! Gut. Hep. Ah. Ach ja, jetzt. Ich warte einfach. Ich kann da durchgehen! OMG. Und wenn ich... Oh, ich dachte, uh, wenn ich jetzt stehen geblieben wäre, glaube ich, wäre tot gewesen. Wir brauchen C. C, 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 C. Zack. Kachong! Autsch. Mhm. Kachong! Entschuldigung. So. Der zweite Energietank. Jetzt, äh, ist es wichtig, dass ich nicht in die Stacheln falle. Das heißt... Scheiße. Wir springen. Und ich drücke nach rechts wie ein Bekloppter. Danke. Oh, ho, ho, ho. Oh, ho, 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 ho. Was kommt jetzt? Jetzt kommen die ganzen kleinen Stacheln hier. Die blöden. Ah, die blöden. Aber jetzt kann ich mich nochmal auffrischen mit allen möglichen. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Perfekt, perfekt, perfekt. Genau so habe ich es mir gedacht. Oh, ist das schön. So. Ähm, was brauchen wir? F. Wollen wir die Zeit anhalten? Nö. Das brauchen wir auch nicht. Oder wollen wir die Zeit anhalten? Können wir eh nur einmal. Bringt wenig. Äh, B. Eigentlich müssen wir nichts auffrischen. Bomben. Metal. Machen wir Metal auf. Frumpf. 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 Gehen wir hier auch mit Metal durch. Wir können es ja eh aufladen. Zack, 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 zack. Und wir wissen ja auch mittlerweile, weil ich ja hier schon mal war, ups, dass die Gegner eigentlich nicht mehr wiederkommen. So. Zack, 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 wenn man sie besiegt hat. So. Ah, da, doch, sie kommen wieder. Ah, ich stelle mich wieder mal bescheuert an. Ah, ich möchte volle Energie haben, bitte. Und nicht getroffen werden. Ja, da, 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 hinten, da, hinten, da, hinten. Jetzt ist mir alles egal. Einfach durchrennen. Und dich noch töten. Perfekt. Jetzt kam das. Zeit anhalten ist vorbei. Kacke, 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 kacke. Nicht treffen lassen. Funkstotony. Booms. Okay, 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 und durch. Und next, äh, eins. Äh, hierhin. Nein, hierhin. Ja. Ah, es war zu früh. Es war zu dämlich. Er kommt runter. Scheiße. Gut, ich lasse mich einfach nicht treffen. Zack. Er kommt runter. Bam. Jetzt ist es, glaube ich, gut. Nein, es ist immer noch dämlich. Ja. Dämlich. Jetzt. Ich probiere es einfach. Jetzt ist es perfekt. Er kommt runter. Er geht hoch. Ich gehe. Ah, wir brauchen Nummer drei. Er geht runter. Und ich komme nicht rauf. Kacke. Und es soll weggehen. Es soll weggehen. Geh weg, geh weg, geh, geh kaputt. Gut. Zack. Oh, jetzt ist es super. So ist optimal. Ah, danke. Den kann ich noch ausweichen. Ich möchte jetzt einfach den nächsten Gegner bitte, gut, besiegen. So gut es geht. Wie soll ich? Ah, shit. Shit. Weiter. Gut. Gab es hier nochmal irgendwas zum Energie auffrischen? Ja, stimmt. Die eine Stelle. Ähm. Hm. Wie war es? Ich fall hier gerade runter, dann links. Fall. So, links. Und nochmal links. Und links. Genau. Oh Gott, haben wir unser Flugschiff noch? Ja. Flugschiff. Äh. Falsch. Obwohl, was heißt falsch? Ist ja richtig. Fast schon. Ich lass dich nur mal verschwinden. Eins. Zwei. Danke. Danke. Gut. Let's welcome the asshole boss. Ich hasse ihn. Aber wir haben unsere Tanks. Okay. Hab ich mir ungefähr gemerkt? Nein, ich hab's mir nicht gemerkt, weil der Drache kam wieder. Ich konnte mir nix merken. Erst kam er oben, das weiß ich. Dann irgendwo unten. Ich stell mich hier hin. Jetzt kommt er. Bum, 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 bum. Tot. Jetzt, äh. Find mich doch. So. Genau. So. Genau. So. Okay. Ah, Hilfe. Ich möchte nicht noch einmal sterben, weil diese Dinger tun komischerweise echt weh. Ich weiß nicht, warum die mir so sehr... Aber er kommt nochmal hierher. Warum die mir... Uiuiuiui, das war knapp. Warum die mir so sehr weh tun. Oh, gut. Aber davon kommen ganz schön viele, nicht wahr? Was ja eklig ist. Und die machen mir einen Höllenschaden. Alter. Das will ich ja gar nicht wahrhaben. Gut. Hier. Ich hab ihn besiegt. Ficke dich ins Knie. Yes. Oh, wir haben's geschafft. Ich geh nie wieder auf Stage Select. Das verspreche ich euch hiermit. Ganz im Ernst. Ich musste keinen Energietank verschwenden. Wir haben zwei Energietanks... Oh Gott, ich muss mir alle Energietanks bis zum Ende des Spieles aufheben. Weil ansonsten raste ich aus. Ja. Jetzt haben wir nur noch drei Welten für uns. Nicht wahr? Düdel, 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 düdel. Eins, zwei, drei. Genau. Noch drei. Dreimal noch irgendeinen bösen, großen Gegner. Okay. Funk Royale hat es geschafft. Er hat aufgeholt in der Zeit, hoffe ich. Nee, Zeit kann ich nicht mehr aufholen. Aber Funk Royale... Ähm... Ja. Raucht jetzt mal eine. Over and out. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Komm schon.